es ist spät geworden aber ich habe es trotzdem noch geschafft sehr schön 16 uhr bis 17 uhr geht es heute hier oder 17 uhr am stand von korallenwächter und alle sind da die pia ist da michael und ihr habt das finale modell dabei wir haben das finale modell dabei weil beta phase ist offiziell beendet beta phase ist offiziell beendet das ist völlig richtig und da steht das gute stück es ist einiges passiert also nicht nur von der optik her sondern heute abend für euch etwas später ihr habt auch einiges an der app gemacht wir haben einiges an app gemacht das ist richtig gibt mal einen kurzen überblick weil ich habe es schon gesehen aber noch nicht so ganz in der app ist alles mögliche passiert das aller aller wichtigste ist dass wir die validierung von den fehlmessungen erweitert haben das heißt grundsätzlich war es ja so dass wenn ein gewisser bereich bei einer messung zur vorherigen messung überschritten wurde das noch mal neu gemessen wurde das ist das eine zusätzlich dazu haben aber intern auch noch eine fehlmessungserkennung das heißt der korallenwächter schaut ob das überhaupt ein sinnvoller wert ist er misst ja prinzipiell ähnlich wie wasser test das heißt wir haben einen farbumschlag der korallenwächter bewertet natürlich auch ist der farbumschlag denn sinnvoll ist da überhaupt irgendwas passiert das ist das eine das andere ist eben das was du gesagt hast was mittlerweile auch einstellbar ist wir nennen es eine validierungsfunktion man kann im grunde sagen beispielsweise beim k-h-wert wenn der k-h-wert größer oder wenn die änderung des k-h-werts größer ist als ein gewisser wert sagen wir 0,3 dann soll er zur sicherheit noch mal wiederholen so kriegt man sehr effektiv fehlmessung raus führt natürlich dazu dass seine zweite messung verbraucht wird aber wenn es was ist wo man sagt na gut auf dieser basis möchte möchte ich jetzt handeln möchte ich irgendwie die dosierung ändern dann ist diese funktion natürlich gut weil man auch mehr sicherheit hat das ist richtig also es wird noch mal ein zweites mal überprüft stimmt das stimmt das nicht im umkehrschluss muss man auch dazu sagen die menge der messungen sind ja begrenzt werden wir haben jetzt haben wir jetzt die 70 wieder oder 50 messungen haben wir sicher wir arbeiten daran dass wir es wieder erhöhen wir können bisher noch keine feste zahl sagen wir schauen mal was wir raus wird auf jeden fall daran gearbeitet wird daran gearbeitet weil 50 ist doch recht wenig aber okay ja das heißt wenn dann mehrere messungen gemacht werden ja das war bisher die problematik jetzt ist natürlich mit der validierung sehr viel besser ist dann das problem beziehungsweise die das risiko desjenigen das einstellt das ist völlig richtig ja also von daher muss man das für sich selber entscheiden was haben wir noch neu noch neu ist natürlich das ganze gehäuse design wir hatten in der beta phase hatten wir ein 3d gedrucktes gehäuse jetzt ist das gehäuse aus acryl sehr sehr schön sehr hochwertig wie ich finde blende euch mal separat mit ein wir haben änderungen in dem kartuschensystem davor hatten wir kartuschen mit zwei konnektoren wo was rausgepumpt wird muss auch luft wieder rein und da hatten wir davor ventile im einsatz und die allerlei probleme gemacht haben mittlerweile ist es einfach ein offenes system das heißt es gibt hinten vier konnektoren das ganze geht in den korallenmächter rein wenn die kartusche leer ist ist es wie gehabt so dass man eine neue kauft kartusche kann getauscht werden geht zu uns zurück was neu ist es gibt ein fansystem auf die kartuschen damit wir sicherstellen können dass sie auch wirklich zu und zurückkommen damit halt nicht so viel müll entsteht genau wir wollen müll vermeiden die kartuschen sind quasi mehr oder weniger für immer wieder benutzbar solange bis eben eine beschädigung dran ist sind aber prinzipiell so designt dass man auch einzelteile tauschen kann das machen es ganz ganz wichtig das ganze läuft so ab kunde kauft die kartusche bei uns im shop da ist der fand bereits mit drin und wenn eine kartusche wieder zurück kommt dann kriegt er eben diesen betrag des fandes das sind zehn euro in form eines gutscheins wieder den kann er bei der nächsten bestellung einlösen retourescheine macht er das auch immer noch so dass retourescheine liegen bei das heißt da muss man sich nicht darum kümmern einfach dann die die neue kartusche rausnehmen in den korallendrehlichter einsetzen die alte wieder gut verschließen weil sie nie ganz restleer sind ganz wichtig ganz ganz wichtig freut sich der postbote genau dann wieder rein in die verpackung wo die kartusche her kam versand label drauf und einfach nur zur post bringen oder beim postbote abgeben sauberes system so soll es sein aber von der optik her sieht er definitiv richtig richtig geil aus so jetzt kommt der knausus knacktus was soll er kosten der kreuen welche kostet 1190 euro es sei denn er kommt uns auf der mace besuchen wir haben im moment 50 prozent rabatt für den presale wir liefern nach reihenfolge der bestellung aus ich weiß nicht ob ich es schafft bis morgen das ganze rauszuhauen aber ich werde heute abend im live weitergeben du wirst heute abend im live weitergehen ja gut ansonsten kriegen für dich bestimmt auch noch mal korte organisiert wäre eine variante ja ja auslieferung plan wie ab ende januar wie das ganze funktioniert müssen wir auch anhand der bestellung gucken wie viele leute bestellen wie macht die produktion das mit wir müssen auch sicherstellen dass immer genug kartuschen da sind da werden wir dann rechtzeitig darüber informieren gleichzeitig habt ihr ja auch noch die aktion wetter variante gegen den austauschen wir haben uns dazu entschlossen da ist ja bei der ellibert variante gerade bei den sehr frühen kunden doch einige probleme gehabt haben uns dazu entschlossen jetzt stück für stück alle beta geräte gegen den finalen korallenwächter so wie er steht auszutauschen das ganze funktioniert nicht jetzt auf gleich das heißt wir werden die geräte stück für stück wieder einholen und dann umbauen also ihr schreibt die entsprechenden leute an wenn ihr die kontaktdaten habt ja ganz und dann werden die dann ausgetauscht genau die werden stück für stück ausgetauscht umgebaut was wir nicht machen wir geben nicht komplett neue hardware aus sondern wir bauen die bestehenden systeme auf den neuen stand um ist sinnvoll genau besonders viel hat sich nicht geändert das heißt so lange wie early birds noch bei den kunden sind werden auch early bird kartuschen anbieten das heißt er ist nach wie vor ohne probleme nutzbar ihr hattet ja am anfang gesagt als er die beta variante verkauft habt zu einem kleinen aufpreis von das ist richtig der aufpreis fällt weg der aufpreis fällt weg also für alle die den early bird haben und früh gekauft haben ihr kriegt die original variante also spricht die finale variante so war der variante wird abgerufen und das ganze kostenfrei ganz genau das ist doch mal ein wort oder genial ansage grundsätzlich muss ich auch noch mal hier auch noch mal darauf hinweisen habe ich festgestellt oder haben wir hier habe ich festgestellt mit meinem gerät das nehme ich immer doppelte messungen gemacht hat deshalb habe ich gerade ebenso auf die doppelten messungen gepocht das wasser tatsächlich dazu entnehmen wo es ungefiltert und unbearbeitet an den proben stauch rankommt ja das ist ganz ganz wichtig dass wir möglichst wenig störeinflüsse haben das sind teilweise auch so sachen wie man wo man gar nicht mit rechnet in deinem fall was zum beispiel der fließfilter der nano fließfilter ich habe dahinter entnommen so nach dem motto ist ja gereinigtes wasser aber grundsätzlich hatte ich immer ein bis zwei messung grundsatz also teilweise hat auch gesagt ja außerhalb des messbereichs und das ist tatsächlich das fließ gewesen was im endeffekt noch was ins wasser gegeben hat was die messung beeinträchtigt hat muss man wissen ja weiß ich aber noch mal darauf hin ja super ihr habt auch noch weiterhin eure wassertests im angebot die sind weiterhin im sortiment auch da legen wir großen fokus auf nachhaltigkeit sehr sehr hochwertige sehr sehr langlebige dose ich selbst benutze meine schon seit drei jahren da ist absolut nichts dran die ist quasi wie viel kaufen im prinzip dann weiter benutzen ganz genau schön an dem wasser test ist die alle drei funktionieren nach dem exakt dem gleichen prinzip gleiche wasser menge vorgehensweise et cetera somit einfach zu bedienen wenn man einmal weiß wie dann kann man alle drei ohne probleme benutzen ganz genau so ist es das schöne ist ihr habt auch noch eine app mit dabei das kommt auch dazu die die app an sich also moment die normalen korallenwächter und für die wassertests ist es alles ein und dieselbe ich doch könnt ihr natürlich auch wenn ihr wirren hier könnt ihr natürlich auch nicht wenn in die cp auf mittlerweile können die cps importieren per pdf die funktion war lange zeit ein premium feature ist es auch aktuell noch wir haben promo code für die mace zukünftig wird das ganze kostenlos sein das heißt die cps importieren wird demnächst auch kostenlos möglich sein einfach pdf hochladen dann habt ihr alles in einer app ja ist doch schon mal genial super ja habt ihr noch was fragen sorgen nöte unsinnliche anträge nichts ich habe nichts gut alles weitere wenn was neues ist et cetera seht ihr bei mir auf dem kanal danke für die ans ja das ist das video ja danke auch leute ja